hallo meine lieben ja heute mache ich die halloween auflösung und es ging ja um diese drei teile und in der box sind noch ein paar goodies dazugekommen die ich jetzt aber nicht verrate und ja ich packe das ganze mal an die seite damit ich hier meine tastatur mir schnappen kann so und hier drüben seht ihr das halloween video und hier unten habe ich jetzt alle kommentare ich muss aber gerade mal gucken und zwar ein moment bitte genau das ist der jetzt muss ich sehen weil hier waren auch welche dabei die den hashtag nicht geschrieben haben also die sabrina hermann hat jetzt den hashtag nicht mit reingeschrieben und ist somit auch nicht mit in der verlosung das bedeutet falls sie jetzt gezogen werden sollte werde ich die losung einfach noch mal machen und dann kann ich jetzt nämlich den link kopieren und den werde ich hier einfügen dass einmal das video suchen genau acht kommentare sieben von euch hatten mitgemacht und dann klicken wir auf start was macht er hier das wollte ich überhaupt nicht hier unten auf start mal gucken ob er das video noch drin und hier ich hoffe doch ja okay das war das video gut und auf start und er sucht einen raus und gewonnen hat sonja foskuhl herzlichen glückwunsch du hast das halloween paketchen hier gewonnen liebe sonja bitte sei so lieb und unten in der infobox findest du meine e mail adresse schreib mir bitte eine e mail mit deiner adresse und dann schicke ich dir die sachen zu ja ihr lieben das war's ich wünsche euch einen schönen tag tschüss